Ich wollte Schriftstellerin werden. Meine Mutter war alkoholabhängig. Mal gekoxt und war eigentlich nur an zwei Tagen im Monat normal. Meine Cousine wohnt geträumt. Und die Persönlichkeitsgestörte? Ich wohne jetzt bei meiner Tante. Wirklich echt, ich schaue dir ins Gesicht und da ist nichts anderes als Unberechenbarkeit und eine Platzwunde. Müssen wir mich nicht adoptieren? Ich bin Volk geworden, ich weiß für alles nichts. Wie eine Kirschsaftschau. Ja, aber mir auch einen Kaffee und auch einen großen Kirschsaftschau. Ja, aber mir ist keine Kirschsaftschau. Ich bin Volk wärm. Untertitelung des ZDF, 2020